Auf die Gäste! Ja, wir können uns da die Morgenzeiten anschauen. Wir werden auf der Anzeigenkarte eine Minute 55,19 Sekunden. Da werden wir dann hier noch eine Schippe draufpacken müssen, die über ihre Vorlaufzeiten. Die waren so schließlich bei der schnellsten, also bei der Schreiber auf der 3 und bei der ganzen auf der 4, gute dreieinhalb Sekunden langsamer. Ja, bei der Schreiber auf der 3 hat ja bereits die 100 Meter Säcke gewonnen. Ja, wir können uns da rein. Ach, 150,0. Schnell unterwegs. Ja! 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 Jetzt dürfen wir in Richtung 50 Meter jetzt noch eine kleine Schippe draufpacken, gerade in so einer Richtung der deutschen Rekord. Zweifelchen! D ressort zijt��, wie die schatten Johannes 27 Meter Cinematale der 2 von 차ons though. And then they decrease her hin, ja tin sie 혹시 haf roles, ja dato für mich, dass sie das high ist. Jaaaahhhh! Jaaaahhhh!!! Jaaaah branding! bodies heckint denn das schon! Jaaaahhh! Jaaaahhh! Jaaaahhhhhh! Jaaaaahhhhhhhhhhhh! Jaaaahhhhhhh! Und dann hat es bevor wir hierYa.. von SV Halle. Damit haben Sie auch die Qualifikationsnormen für Istanbul.